Okay, Leute, willkommen zurück zu Koller oder 3. Heute machen wir ein Spiel mit Chapter 1, machen alle Easter Eggs, die es im Spiel gibt und beginnen gleich mal mit dem ersten. Okay, ich versuche hier alles ohne Schneiden zu zeigen. Für das erste Easter Egg, auch, also, warte, ich mach das kurz an, ähm, Easter Egg Badge, ähm, abzeichnen. Für das Easter Egg abzeichnen müssen wir uns erstmal den Schraubenzieher holen, das ist, bei dem, zum Glück ist bei dem Easter Egg, ähm, 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 äh, brauchen wir nicht lange. Also, da holen wir uns einfach den Schraubenzieher, dann können wir das schon machen. Also, wir holen uns hier den Schraubenzieher. Jetzt müssen wir, ich denke, das war da irgendwo hin. Gott. Hier, oder? War das hier? Ne. Das sind noch immer die Secret-Räume, diese Glitzer. Oh. Hier ist es, hier ist es, irgendwo. Bei einer Wand. Irgendwo bei der Wand. Also, da. Gott, wo ist das? Renn, 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 renn. Hier ist es. Glaube ich, oder? Ja. Wow, was ist das für ein Felser? Mein Schraub, wetten, das... Aber, was ist das? Eine Art Werkstatt. Toll. Noch mal zum Raum zurück, übrigens. Ich schaue das jetzt alles bei YouTube, wie ich sage. Und zwar müssen wir hierfür... Hierfür... Weil da ist so ein Pfeil auch. Oh. Mein Gott. Sind wir jetzt im selben Raum? Ja. Lol, aber das war bald das erste Easter Egg. So, für das nächste habe ich mir jetzt etwas mehr Zeit genommen. Und zwar brauchen wir dafür die lila Farbe. Wo das ist? Ich habe noch keine Ahnung. Okay, jetzt habe ich eine Ahnung. Ich muss hier etwas länger Videos machen. Also, jetzt etwas länger, weil ich habe es zwei Minuten. Das ist bis jetzt meine Ausnahme, deshalb. Nee. Was für zwei? Äh, vier. War noch nicht. So, aber für das nächste Easter Egg müssen wir zum Spawn. Ja, ja, dann bin ich drin. Ich denke, hier sehe ich gleich das Spawn. Ja. Dann hier ist es ganz easy. Jetzt würden wir hier rüber gehen und jetzt schnell durch diese Wand. Jetzt hier diese Leila. Und hier gehört die Behelfsbrücke hin. Hier oben im Wohnzimmer. Keine Ahnung. Hier ist eine weitere Behelfsbrücke und irgendwo ist wahrscheinlich hier wieder an Secret versteckt. Interagieren. Oh man. Das war's? Ach du heilige. Okay, das war das nächste Easter Egg. So, das nächste Easter Egg ist auch auf dem Weg. Also, wo wir jetzt hingehen, also, wo die Lila Tür ist, dort ist, ähm, ist das nicht Easter Egg. Das haben wir gerade gesehen irgendwo. So war das. Ja. Jetzt kommt er wieder. Ah, hier. Ist hier jetzt hier hoch. Hier, dann können wir einfach das Spawn mit. Und jetzt geht es hier rüber. Aber wo ist das nicht Easter Egg? Okay, das nächste Easter Egg hier oben ist hier. In, einfach mal mitten in dieser Wand. Ja. Ich hab gewonnen. Ja, dass ich es wärmen kann. Stopp. Hä? Okay. Gibt es eigentlich noch ein Easter Egg? Ich lass mal nachschauen. Es gibt sehr viele Easter Eggs jetzt. Es gibt drei noch. Drei Easter Eggs gibt es noch. Okay. 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 Dann schauen wir mal. Okay, das nächste Easter Egg ist beim hellblauen Raum. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass das so einfach wird zu finden. Aber ich glaube, irgendwo ich, ja. Okay, Leute, ich hab's gefunden. Hier müssen wir jetzt Click to machen. Bewegen klicken. Jetzt schau ich mal. Irgendwie. Oh. Hier noch. Okay. Jetzt entlang? Nein. 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 Warte. Wo, wo jetzt? Kacke. Okay, ich hab's jetzt irgendwie geschafft und da steht, was machst du hier? Wir haben's geschafft. Kannst du mich finden? Loll. Das ist krass. Das ist krass. Wow. Okay. Kommen wir zum nächsten Easter Egg. Okay, wir das nächste Easter Egg geht geradeaus, geradeaus, geradeaus und hier geht's dann durch. Boom. Und dann hab ich gesehen, dass hier ist etwas. Ein Code. Vielleicht müssen wir hier irgendwo einen Code eingeben. Können die ja schon sein. Oder? Ah. Wo können wir irgendwas an einen Code eingeben? Uh, vielleicht einen Twitter-Code gibt's hier aber nicht. Äh. Wo können wir denn einen Code sein? Okay, okay, okay. Gut, renn, renn, renn. Renn, 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 renn. Mach's auf, mach's auf, mach's auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Gut, 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 gut. Und hier ist der Schlüssel. Wir müssen... Den Code hab ich mir aufgeschrieben, aber jetzt irgendwo anders. Da müssen wir jetzt hin. Keine Ahnung. Okay, als erstes hier, als nächstes hier rein. Und das war das letzte ISEC. Dann hier, ich hab mir den Code hier aufgeschrieben. Hier bei diesem Ding hier den Code. Also, der Code ist 5, 6, 8, 9, 7, 4, 4, 3, 1, 2. Ähm. Zurück im Kindergarten. Haben wir jetzt alles? Alle ISEC? Nein! Okay, wir wollen natürlich alle ISEC machen, deswegen ein ISEC gibt's noch. Das machen wir. Ich fühl mich wie ein Trainer. Okay, das ist ja klar, ist auf dem Weg. Also, das nächste ISEC ist in Kapitel 2. Und wir brauchen... Wir müssen die Keycards. Wir brauchen diese Keycards. Das wird jetzt eine Weile dauern. Äh, ja. Oh, hab schon rot gefunden. Nice. Okay, das war jetzt viel zu schwer. Äh, war auch einigermaßen sehr verbuggt. Ich stand unter einem... Turmhals. Und... Ja. Er hat mich getötet. Zwei Versuche ich gemacht. Er ist einfach sehr verbuggt. Ich weiß nicht, wie ich das in meiner letzten Folge geschafft hab. Aber naja, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Euer Raphael. Ciao. Ciao. Ciao.